Hey. Ich wollte doch... Achso. Captain Nate, können Sie mich mal hochheben? Warum sollte ich? Ich kann dann vielleicht die Wurzeln da oben erreichen. Und dann? Dann kann ich mich hochziehen. Was bringt mir das? Ähm, naja, vielleicht finde ich einen Weg, sie hier rauszuholen. Hm, na so schön. Ja, dann los. Hui. Es hat funktioniert. Ich spare mir das Jubeln für später auf. Okay. Ähm. Da ist eine Luke. Eine Art Luke mit einem Rad. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ähm. Ein Stein. Ich weiß... Das ist ein ziemlicher Brocken. Aber ich könnte ihn vielleicht dennoch verschieben. Ich weiß, wie es geht. Plopp. Und wieder nach oben. Käpt'n Nate? Ja. Das dauert immer so lange. Heb mich hoch. Danke. Und jetzt schiebe ich den Stein auf die Palahala-Tat-Forum. Der Stein würde einfach nach unten fahren. Nee. Ich will ja auch, dass Nate da drauf steht. Aus. Aus. So. Jetzt. Wilbur. Stein. Es klappt. Der Stein und ich sind zusammen schwer genug. Weg mit dir. Ja. Und wie kommt jetzt Wilbur nach oben? Ihr Helden. Dann macht wenigstens die Tür auf. Mal sehen. Das war's. Die Luke ist offen. Ein kleiner Gang, der in einen Schacht führt. Aber ich kann mich nicht durch die Luke quetschen. Ich bin zu groß. Na gut. Dann halt... Wilbur. So können wir das Ganze nochmal tauschen. Und dann kann der nach oben laufen. Und dann habe ich keine Ahnung, was der da oben machen soll. Weil der Nate immer noch unten fest ist. So. Der kann jetzt nach oben. Ich bin schon noch weiter nach oben. Die Leiter führt ins Dunkel. Und da oben wird der Schacht nochmal schmaler. Dann seid ihr nach oben. Oh. Ein Steintafel. Das ist eine Steintafel. Auf ihr sind dieselben Symbole, die man hier überall an den Wänden sieht. Ja. Damit kann ich die Türen steuern und so ein Quatsch. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Und da raus. Und dann können wir die Dinger hier bewegen. Steintafel. Das ist eine Steintafel. Ich kann damit glaube ich nicht. Klar. Auf den Steinringen sind dieselben. Ich überlasse das lieber Ivo. Na gut. Dann hier. Schau mal Ivo. Ich habe eine Steintafel mit Symbolen gefunden. Tatsächlich? Zeug mal her. Hm. Ich glaube genau danach habe ich gesucht. Danke. Wir sind ein gutes Team. Nun nicht übermütig werden. Okay. Das heißt ich kann jetzt mit Ivo hoffentlich die Steinringe benutzen. Hm. Ne. Ich will den Achter. Habe ich ja. Ähm. Schnecke. Muschel. Ein komisches Ding. Und fahren. Klick. Hat das jetzt was gemacht? Hat es? Hat es nicht? Hat es was gemacht? Ich weiß nicht ob es was gemacht hat. Hat es was gemacht? Irgendwie nicht oder? Okay. Dann probieren wir eine andere Kombi aus. Vielleicht war das ja nicht richtig. Ähm. Komische... ...was auch immer Muschel. Dann... ...so ein... ...Blattding. Und hier so ein... ...was ist das da? Was ist das da? Oder... Und das Ding. Aha. So, so. Okay. Upsa. Ich wollte dich nicht abwürgen. Entschuldigung. Jetzt das Rad drehen. Ich wette, dann füllt sich das Ding mit Wasser oder so. Das sieht schon so aus, dann mit dem Loch, oder? Ah. Zu. So. Gut. Dann nehme ich jetzt noch das dritte auf der Steintafel. Das ist, äh... ...blatt oder so. Und hier so ein... ...Fahnding. Das da. Und der Stern. Und hier das da. ...kalt. Nass. Hö. Haha. So, jetzt kann der Nate nach oben klettern. Und dann sind wir alle wieder beisammen. So. Das heißt, wir können jetzt alle zusammen tiefer in den Tempel gehen. Müssen die jetzt einzeln laufen. So. Wir können den Kristall in die Figur einsetzen. Aha. Ja, haha. Und der Vilgur kommt auch noch mit. Und dann müssen wir aber irgendwie da hochkommen. Vorsprung. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Aber wie kommen wir da hin? Äh, was haben wir denn hier noch alles? Ja, sonst. Nix. Ich rede mal nochmal mit Vilgur. Ja, kleiner. Hallo, Käpt. Gibt es was Neues? Nein. Okay. Vilgur, du hast auch nix mehr dabei. Ivo sucht nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Ivo sucht nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Na gut, dann gehen wir mal raus. Gehen wir raus, los, gehen wir raus, los. Können wir nochmal da hochklettern? Vielleicht kommen wir von da oben ja weiter. Prost, auch mit dir.